Wir kommen zurück zu einer weiteren Runde League of Legends, heute mit Denson, dem MC Tricks und dem Kult Cobra. Das ist nämlich Kumpel von Denson und Denson steht auf, kann... Denson bestellt sich nämlich gerade noch was zu essen, ja, der Lauf. Ich muss gerade mal hier auf jetzt bestellen klicken. Kannst du nicht während du carryst oder was? Doch. Wir haben ernsthaft einen Kale Jungle, oh der absolute Tryhard. Das ist schön Tryhard jetzt. Absolute Tryhard ey. My right arm is much stronger than my left arm. I want it here, I want it pink. Mit vieler mehr kommst du klar? Weiß ich nicht, ich bin Gnar main. Schon vergessen? Gnar main. Dann wieder? Ich bin alles main. Main main. Ich bin main main, ja. Ne, keine Ahnung, werde ich sehen, ob ich... Warum hab ich eigentlich kein Skin genommen? Ich hab dann Skin mit Gnar. In Steuerung 4 main. Steuerung 4? Hat er die... Steuerung 4 main? In Kale haben wir eigentlich schon free win, oder? Wie war das? Nicht Steuerung 6 main? Leider noch kein main. Ich hab 666 Leben. Das ist ein Zeichen. Wow. Ich bin einfach... Das bist du top, ne? Gibt so Demon. Ist das Satan. Satan Boy. Kale ist durch. Nice. Schön, dass eure Bestellung durch ist. Das heißt, wir müssen das Game schnell beenden, ne? Weil sonst muss er auf K, ne? Richtig. Alles klar. Da muss er wieder Pizza rissen. Ja, Alpha ist wieder am Start, glaub ich. Pizza nicht. Gibt's Burger. 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 Von Burger King? Ein Double Royale Cheese. Der ist mit XXL 500 Litern, äh, Fleisch. Oh, sind die Tryhard hier. Oh, ist das da? Harry main? Alter. Können die machen? Äh, sind die doof? Hab ich. Nick. Ich mach dich kaputt. Harry main, Alter. Ich sag doch, du bist ein AD Carry main. Was ist denn da los? Der Eis ohne Waffeln, ne? Ich komm mir immer so vor, als ob der da echt in seiner Bude rumbrüllt. Er ist ja irgendwie, keine Ahnung. Jetzt bist du ja ganz im Saal unterhalten, ey. Wahnsinn. Das hört sich immer an, ey. Das ist echt der Knaller. Oder in so einer Turbinenhalle sitzen. Und abturbinerieren. Zillian? Zwei haben Zillian? Ich bin geil und ein paar I auf Brasilien. Auf Brasilien? Ne. Kuba. Kappa. Kuba. Kuba. Libre. Oh. Oh, no. Gold Cobra main. Nimmt, die Speer gegen den Jinx. Leute, sieh jetzt erst. Ich komm nicht mehr. Ich hab reingekranzt. Was haben die noch für einen Jungler? Niederleben. Oh, nee. Night a lie. Night a lie? Night a lie. Night a die. Night a lie. Leute, Leute, Leute. Night a lie. Da kann aber einer schön singen. Okay. Engage. Yes, der ist ink. Was, du willst engagen? Na, dann go. Na, geh rein. Du bist fucking Leona. Hm. Der Trainermeer will mich, glaub ich, engagen. Ja, ich muss mal. Er hat die Flash da. Ich hätt die, glaub ich, gekriegt. Ja? Aber war safe. Ja, ja. Aber egal. Alles gut. Weiß nicht, ob ich's überlebt hätte dann. Ja, das war eigentlich der OP, aber. Der Oma, der kann Flash mehr, ne? Obwohl ich brauch 200 Gold, lass mich jetzt sein. Nein! Warum hab ich denn hier 100 Gold nicht voll? Ah! Dann hiel ich mich mal noch ein bisschen. Gott! Suck, Lord! Suck, Lord 3000. Kannst du Trinket oben machen? Ich kann Trinket oben machen, ja. Kann ich. Ich kann eure Stimmen noch gar nicht auseinanderhalten, ich bin grad verwirrt gewesen, hä? Warum soll ich mein Trinket oben machen? Aber der war Dancing gemeint, gar nicht ich. Ja, ich. Kann ich ruhig auch worten. Oh, der Greed. Der Greed ist gut. Gute. Greed ich und vermisse dich. Oh, Leute. Bist du Fan oder was? Respektiv nur dich. Ziemlicher Hardcore-Fan, oder? Hardcore-Fan-Main. Lützt. Ah, so. Up geht's. Top lane. Das ist richtig. Ich bin so weit nach vorne, Traut, ey. Warum? So, ich geh back in sechs. Ja, ja, Ziggy. Oh, hast du jetzt BFs Wort schon? Minute fünf? Na klar. Was los? Komm, nach zwei, fast. Noise. Scheiß drin, da mehr, Alter. User joined your channel. Mhm. Äh, Aufnahme, danke. Ups. Wie lange habe ich schon kein Gnar mehr gespielt, ey? Das muss echt Monate her sein. Ich hab die ja noch nie mit Gnar gesehen. Ich hab die ja noch nie Top lane gesehen, außer Malfight. Der Malfight-Main. Oh, Gott, da kommt wieder irgendjemand. Wow, wieso bin ich so slow? Wieso ist der so speed? Wieso ist der so speed, ja. Kling. Kling an seinen Reifen. Ich bin tot. Du rip. Ah. Wir haben zu viel Schiss gerade. Nice. Oh, der Main. Knarr Main. Das ist Main, genau. Knarr fucking Main. Alter. Wer erzählt dir, was für ein Spiel ist? Die Top lane. Ich bin fucking Main. Was ist denn los mit euch? Wollen nicht mal engagen, ey. gegen uns würde ich auch nicht in geht so ecoman ich bin da ihr kommen pass auf ich habe noch leider noch keine wut wo ist noch gut da und die mal ein bisschen hart am eskalieren der wohl ich weiß schon warum ich keinen namen er bin ich bin einfach nur mit knar ich bin ein übelster aber egal ich bin über slate slate game der trainer steht schon 20 das ist echt gegen den knar das bestimmt kommt bestimmt oft vor dass ein trainer mehr 2 0 gegen knar hallo trinken pre level 6 oder na gut ich habe auch eingesackt wie ein greed boy muss man noch dazu sagen ein super meatball deluxe wenn das nächste mal begleiten dann könnten wir danach auch bleiben top lane kommt doch herr wir können die jetzt können wir reingehen gleich ich brauche als sechs und lang hast du noch besetzt könnte der welt sein können aber es immer noch messen ich habe keine ahnung trüfte fährt kommt wahrscheinlich bot sollte durch ja tristet kommt auch baut 100 pro nämlich bevor ich ich bin heute fahren main oder oder mit zwei stecks dank ich bin vorbereitet ganz klar vielleicht die top den römen ich habe auch und die wenn die noch mal über die linie hier kommt machst du und dann gehen wir drauf das kann nichts machen kommt nicht rein drinnen mit flash sieht man aus sollten ist richtig so eigentlich immer groß die will nicht so warte mal wenn ich jetzt hier ich roame gleich ey also ich habe hier entspanntes nieder mit nieder mit ach ja das ist ja nicht bei uns alter was ist er denn für ein boy alter komplett am ausrasten von hat der flash und igniter sich jetzt erst kein gar kein fucking teleport mit genau hier wieder wort er ist kein flash und sollte drinnen er kommt wahrscheinlich zu dir mit tricks du bist wahrscheinlich hier was hier reingehen danny der sugar carry und die james Perfekt, hab ich ult, du kannst immer noch diven, naja, naja, kein Maler, du kannst auch, ne, ich kann unterm Tower, aber ohne Mana ist scheiße. Alter, bleib mal stehen hier. Boy. Ah, ich sterbe, aber du kommst weg. Der Opfert er sich. Der Opfert er sich. Hab ich nicht gesehen, der TF. Hast du das gesehen, wo ich mich weggeportet hab? Ne, außerhalb des Luschs. Der hat dich nicht gesehen, weil da eine Pink Ward drin stand. Konnte dich nicht sehen. Ganz klar. Er konnte es einfach nicht. Gehalt. Hallo. Hoih Sir. H blendigernis... Maler, wieso müsste ich den voll fertig machen, den Tyndom her? Wie, irgendwie bin ich ein ziemlicher sucklord mit gnar. aber du hast 30 fahren vorsprung als ich habe 30 fahren vorsprung nee nee densen du hast du kannst sagen ich hab doch niemals 30 fahren vorsprung ich hab 20 10 oder so jetzt tower dive of doom wer ist das fehlt mit denn die kommen aber bestimmt gleich nochmal hoch ja da ist er doch schon alter ich bin so kacke mann ich zack so rein mit gna das ist wahnsinn wird den taurigen da steuer gott los auch gar nicht so hart die war nämlich top es ist ja ist auch so hart aber er steckt englisch main jetzt nicht das johle ist das funktioniert immer immer so freudiger also ich bin so ein lauch mit knall ich hatte man so gut na egal den ganzen kerrig mich jetzt geht los auch jetzt wird hier richtig hart zerlegt auch schon ganz schön damit alter schwede um es ist leicht ferschein als wir mal kann ich ich wollte ich nicht es sind hier läuft um da ist also ich muss sagen denn die haben bisher jede borde gewonnen weißt du doch Nee, nicht jeder. Doch? Echt? Ja. Warte, hatten wir mit den übsten Faggots gegen uns, oder? Naja, von halt Gold bis Platin, halt das, was da kam. Alter, das ist... Wow. Faggots. Nieder, 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 nieder. Alter, die hat einfach die Jinx Rocket hochgeballert und die hat mich gesprengt. Oh Gott, ey, das kann doch nicht sein. Ich krieg's so auf die Fresse. Weißt du, die hat keine Rocket? Die hat keine Rocket, die Jinx, ne? Aber wir haben eh Kale im Team. Sobald der Devo am Start ist, ey, das ist so'n Witz, man. Da krieg ich selbst noch die Jinx Rocket vor die Fresse geknallt, ey. Das ist doch nicht wahr. Was wollen die denn? Schon wieder der Best. Oh, die haben gewartet, ey. Doppelstun. Doppelstun. Doppel. Doppelstun. Doppelestun. echt krasser ich bin echt nicht so das gute bei gnar ist es ist so ein retarder champion du brauchst eigentlich nur eine gute ult setzen und dann wass hat das gute auf der bot ist das nur tfd kills bekommt immerhin ja also für uns für mittel ist das halt na top ist auch gar nicht so als ich keine ahnung der steht zwar 40 aber der hat einfach kein fahren der hat relativ wenig gefahren obwohl ich den nicht mal irgendwie hart zu kommen oder keine ruhe ich möchte den großen machen machen wir mal ein hit das ist schon mal sweet ich habe immer noch ult ab ne vorsicht er nie kann ich nicht wirklich die kam schon wieder hier hoch also so nicht nur mal er ist doch wirklich Was haben die denn für'n Hass gegen mich? Das ist doch echt ekelhaft. Ja, ich war auch ganz ziemlich los. Äh, scheiß Gnade. Der hat auch schon wieder... Der hat auch geflasht übrigens, ne? Der THF. Heilige Scheiße, ey. Die gehen nicht auf die Käpt'n, die Boys. Lol. Was soll ich machen? Weggehen. Bin ja da weggegangen. Wärts stehen bleiben können, dann wär' ich weggekommen. So. Und Creeps. Da kommt so'n Taric mehr. Ich komm auch mal Richtung Drake. Komm, lauf nach unten, Taric. Jynx ist tot. Wer hat die Jynx überhaupt? Die hat aber immerhin gut gefarmt, ne? War das mit Mitte? Lass mal auf TF gehen, jaja. Vorruf. Alter. Fack, haben wir gar keinen Engage? Oh. Ne. Hm. Das ist ziemlich sucky. Ich muss halt hoch. Das ist ziemlich behindert sonst. Hm. Der pusht halt einfach nur. Das ist halt der dumme Antündermär, ne? Der braucht halt einfach nur die ganze Zeit... Ich bin tot. Boah. Das ist alles auf mich, ey. Machst du, oder? Nice. Ja, der kann mich eigentlich nicht mehr killen, wenn ich das eigentlich gescheit mache. Deswegen ist halt eigentlich auch fail, dass der Early Game gegen mich gewonnen hat. Aber naja. Oh, der schnuck... Oh, warte mal. Da ist ne Niederli irgendwo. Eins dead noch. Die ist 100 pro da. Die Rocket fliegt, sie fliegt, sie fliegt. Und... geht vorbei. Cool. Nice. Ja. Nice. All eyes on you. All eyes on you. All eyes on you. But... Nice call. Safe call, ne? Mhm. Komm, geht ruf. Ich komm bot 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 bot! Ich komm von hinten. Ich auch. Der kommt nicht weg. Nice. Der wollte mich nicht mehr in den Kill reinlassen. Direkt so. Drake ist live. Life is live. Na 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 na. Drake is live. Life is Drake. Geht ab. Drake is lost. Drake is lost. Ah, der hat mich einfach weggestoßen. Was soll denn das? Kennst du doch. Wow. Dieser Denzen. So mean. Du bist echt so ein mean Boy. Loll. Cool. Profispieler. Das ist echt. Das ist echt gemein. Das ist echt gemein. Wir müssen Mitte jetzt mal raus. Karte ist raus. Karte ist raus. Holt den. Wir können den da bleiben. Holt den TF. Ja. Chill. Wir müssen einfach den Turm nehmen. Wir können jetzt am zweiten Tower gleich dive. Holt den. 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 Holt die. Holt 101. V pseu. Guck mal,... ... Angst. Holt die. Der einzige, der nicht geflasht ist, hat den kill. Ja, das war ein bisschen unglücklich. Oh, lol, der hat nicht geultet? Oh mein Gott. Der dachte, es ist nicht nötig für die. Der hat den Denzen seinem Damage unterschätzt. Das ist einfach nur sick, sicker Burst. Der sicker Burst. Ich glaub noch nicht einmal geultet. Soviel zum Thema, man muss mit Gnar nur gute Ulds setzen im Late. Der Blue Buff, geil. Oh, was Plays in here? Ich pushe die Top Lane rein, die ganzen Tag. You got spotted. Und nochmal gespottet. Und? Oh, gut. Und? Das ist bedrohlich. Fugger. Oh. Giuseppe. Wir pushen gerade Bord. Ja oder so. Push Mitte. Nice. Wow. Alle bleiben so stehen bei der Auto jetzt. What a Dimension. Ja doch, habe ich bekommen. Hat er? Hat er? Nur eine Minute Drake. Nidalee kommt wahrscheinlich zu euch. Und wo? Nee, ist top. Die ist bei dem Golem. Nee, wie heißt das Viech? Brötel. Hab ich vergessen. Wörtler? Ja. Romp? Ohhhh. Von der Murphy Spotland. Ich geh mal fort. Ich fress jedes Mal die Speere. Wie lauch. Oh, balanced. Yes. Balanced. Also dieses Jungle Item. Keine Ahnung, was da bei Riot abgegangen ist. Ob die sich da irgendwie nach dem Wochenende irgendwie mal ein paar Joints reingeknallt haben. Oder so, ey. Das ist so dämlich, ey. Sie haben ja noch das E von Kayleigh gebufft. Sie haben den Nashos gebufft. Ja, aber gut, E ist ja nur ein Buff, wenn du Melee bist. Schönermere ist Base gegangen. Ja, aber die verdoppelt sich ja dann auch mit... Nee, der Damage auf dem E ist genau dasselbe wie vorher. Achso. Schönermere. Schönermere kommt von da unten. Und trotzdem hier hat auch Nashos gebufft, ne? Ja, klar. Nashos... Ja, diese 80 AP sind halt komplett behindert irgendwie. Komm ich mir halt nochmal zugute. Oh, da ist ne... Mitte. Schönermere andere Seite vom Drake. Vorsicht, Danny. Oh. Ja. Äh... Ich ripp. Don't ripp. Don't ripp. Don't ripp. Wir machen den Drake. Drake, Drake. Ja, ja. Ja, wir machen den Drake. Ja. Ja. Der Trin, aber der pusht jetzt einfach die Botlane, ey. Das ist ein richtiger... Typ, ey. Ich hab mal den Speer abgefangen, ich dachte, das wäre sinnvoll. Get fucking obliterated. Oh, Nieder, du willst spielen? Wow. Genau, Mann. Fokust mal den TF, please. Na, danke. Lol. Wow, lol. Alter, nicht wirklich. Da haben wir uns gegenseitig getötet, muss ich sagen. Oh, Gott. Ja, aber wirklich alle drei. Oh, Gott, ist das schlimm. Wieso geben wir das gerade eigentlich so hart weg? Na, was heißt, wir geben das hart weg? Ich meine, die sind ja nicht gerade bad in dem Game. Wir haben halt Raids, aber... Ansonsten... Es ist jetzt nicht so, dass wir hier den übelsten Vorteil haben. Alter. Tschüss, Dansen. Schönen wir dir. Oh. Irgendwie immer, wenn ich zum Echo gucke, passiert da nur Müll. Warum? Oh, keine Ahnung. Da passiert echt nur Mist. Ich komme jetzt im Mittelpunkt. Zum Mittelpunkt. Zum Mittelpunkt. Zum Tide. Zack, Zack, Zack. Wir auch. Wir kriegen halt die Scheiße Tower easy. Ja, wir kriegen die ja auch genauso schnell. Ich muss eigentlich auf die Lenk gehen, wo der Trainer mehr geht, weil... Äh, hier sind drei auf der Seite. Ich komm. Au. Gnar Main, Junge. So ist es. Fucking Gnar Main. Kommts Jomus, ey. Kommts Jomus, ey. Was ist das? Ich de Jomus? Jomus auf Gnar Main? Ja, Jomus auf Gnar Main. Ah. Trinder und Taric wollen Mitte gegenpushen, denk ich mal. Ich hab gehört, du spielst Gnar nicht zum ersten Mal. Nee, zum zweiten. Alter. Sick. Krass, oder? Da bist du schon Main, oder? Krass. Eigentlich bin ich damit schon Main, ja. Kannst du mich doch tanken lassen, ne? Ich hab 240 Rüstung. Oh, der Boss. Wie ein Boss, Alter, tankt der ihn. Wie ein Boss. So geht's schneller. Passt schon. Passt schon, Alter. Easy. Für Kale Main? Oh, yeah. Oh, yeah. Wunderbar. On the way. Komm, lass mal hier, weil jemand war. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, hier ist Niki. Das ist Niki. Der haut ab, oder? Da ist ein Wort drin. Nein, hier ist kein Wort drin. Nein, hier ist kein Wort drin. Hier ist kein Wort drin. Die wären schon längst hingekommen. Guck mal, die Jinx würde niemals so weit rausgehen. Wir gehen jetzt hinten rum. Oh, jetzt ist der Twisted. Twisted. Twisted, wird gefistet. Twisted wird gefistet. Das der Wett gefistet. Lass mich mal den großen. Hier, der K played, tell, take, take, take! Go Held, ey. Mach 666 Erkrieps, wow. Easy, sag doch. Wo de red? Ja, den habe ich mit dem Schild abgefangen. Wo de red? red den habe ich mir einfach direkt kommt an du fahrer hier ja aber ist eine Niederlei tryhard okay das ist tryhard fuck oh talik oh oh nein ich habe zu früh geholt du bist du zu früh ja Sandface EM Blue ist ab Baby Rage Hashtag Baby Rage ich bin so bad mit Gnarr so bad so bad mit Gnarr ey warum hab ich eigentlich keine Musik deswegen spiele ich so schlecht weil ich keine Ingame Musik habe das ist er jetzt versteht oh ja wir können jetzt glaube ich durch die Mitte gehen das ist alles Sinn ich gehe auf jeden Fall Toplane gegenhalten gegen den Trainer mehr ne der wird sonst wieder einfach komplett den Indip nehmen der kleine Scam Lord ja gegen mich kann er nichts machen ich habe 300 240 Rüstung und Thornenpanzer da kann er nichts gegen tun ich kann ihn sowieso kite mit meinem Wespel der kleine Lauch du brauchst nicht Toplane gehen ich gehe auch in den Jungle achso du gehst in Toplane Jungle nice ja alter Kale ist so vital so geil mit Rhyde also auch der kommt keiner mehr weg hi buried oh 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 konnti nicht da lang gehen GET UP essentrated ooo da kommt g... ram op hüiäa ba ryh kip anyone Ring thank you heavy ths x x so fies netted fucking nicht weg laufen kannst das ist echt mies ich wollte er dich einmal slowt und ich hab nichts hast du uns mal weit ich komme hier nicht Nein! Wo ist denn unser Checkler? Oh lol Oh Gaaaaaaaad Almost Heylymane? Hashtag Balanced Und noch ein Genre mehr das sind aber ein paar tryhards die sind nur am pushen ich hätte jedoch für dich gehabt der mensch du einfach machst man das ist echt pervers ist echt richtig pervers der versionsbild wir haben bald fünf drakes ne dann ist sowieso rippung ich push gegen den trainer mehr dagegen ich habe auch teleport ab dass ihr könnt mitte pushen wir könnten media pushen jetzt gibt es jetzt gibt es rippung wieso was hast du jetzt der hat kein unten drank eigentlich hätte ich mir noch dinge holen müssen naja ja genau so immer mein der jungler einfach mal hier ist eine mitte ne ne geht man mit der geht man nicht irgendwie in den jungen muss ich tpn oder what the habe ich halt ja wie werden wir immer fighten es wahnsinn wir sind nur am fighten und die gruppe pushen los leona endlich der matrix geht einfach durch die butter oh mein gott ist der damage unnormal alter das ist niemals balance dieser damage never die du einfach komplett dadurch durchrasiert nach 16 2 so ein witz hat der noch ult gehabt der war gut bestimmt nicht mal ult drücken weil der so schnell tot war oh mein gott also kale ist auf jeden fall echt beyond broken das ist echt beyond broken zehnmal bin ich gestorben wenn er sich zu weit vortraut ich hab wieder ult ab ne dass du keine power akku hattest kann ich auch aufs bild oder er nicht sagen klar der perry holt sich die 50 gold ja einmal holt er sich die 50 die holt er sich nice idee gut leute dann würde ich sagen was er für heute schreibt mir die kommentare ob ihr auch kale broken findet und dann sehen wir uns beim nächsten mal bis dann haut rein